hallo hier ist martin von money monkeys das die dax analyse für nun mittwoch den 11 august 2021 und geht nix geht einfach nix ampel steht auf rot es sieht die ganze zeit gut aus sieht aus jetzt bricht er aus aber es geht nichts also positiv zu werten ist wir hatten gesagt er ist zum montag leicht abgedreht deswegen zum dienstag eher unten den vorteil haben das hatte war nicht so so oben rausgelaufen ist nicht rausgekommen ist nicht über die 87 800 weggekommen aber so gelaufen das kann man ihm positiv anlegen und von daher ist eigentlich nach oben offen und punkt kümmer die kürzeste analyse der das weiß ich der letzten fünf jahre machen weil ich kann nichts dazu erzählen also die bänder sind so nah wie du weiß ich nicht wann wir das so dass so eine atmosphäre glaube ich noch gar nicht also das war schon nah aneinander das ist brutal nah aneinander also der machte erinnert euch ne wann haben wir das gesagt vor zwei wochen aber habe ich gesagt also wenn er oben nicht mit schwung rauskommt und unten nicht dann muss es seitwärts probieren hätte er gedacht er kleidet seitwärts runter dass er jetzt oben seitwärts raus gleitet das passt eigentlich nicht aber wenn es funktioniert am ende ist das auch egal halt na dann weiß schon was er macht also bei 8 30 liegt weiterhin diese verbindung aus den hochs jahren die tage tageshochs das ist noch interessanter weil das was darüber ist für mich halt auch bullig muss schon so sagen es geht dann richtung 8 90 9 40 solange dann da keine harten roten stundenkerzen nach unten strahlen brauchen oder dass ich die short versuch verausgaben das ist einfach so wahrscheinlichkeit geht dann einfach nach oben ist es auch jetzt muss man ja so sagen das ist eigentlich eine erhöhte wahrscheinlichkeit nach oben aber es ist auch ultra erstaunlich dass dann nicht einfach mal ein neues als er doch kommt also wo stecken was er sich da so dusselig hat die zehn punkte dann mal oben drüber ja aber wir haben unten raus noch keine harten roten kerzen treten schweig ist und keine umkehrsignale darf und der leicht tendenzvorteil nach oben sollte sollte eröffnen unter ich sag mal 7 60 würde ich ihm trotzdem dann wieder auf der warte mal was habe ich jetzt gesagt 7 60 doch 67 67 habe ich gesagt genau also sollte unter 67 gehen hätte er dann noch mal chance bis 37 670 700 670 sich zu arbeiten vorzuarbeiten aber ja kommt das nicht alles was hier über 87 geht leicht ist einfach positiver vorteil und kann auch bis 49 gehen und das kann er auch an einem tag schaffen auch wenn er jetzt die letzten tage so ruhig war darf man nicht aus acht lassen es wäre dann halt ein ausbruch auf tagesebene ja und von daher kommen wir hier noch kurz in den tagestadt reingucken und dann das video auch schon zu machen weil da brauchen wir echt da brauchen nicht mehr auf zeit verlieren als nötig ja hier sehen wir das obere bollinger band das ist hier im bereich um 98 leicht höher sogar schon mittlerweile 19 das war vor ein paar tagen bei 98 die habe ich mir gemerkt jetzt ist die 19 also die 98 gar nicht mehr so wichtig 19 und 45 dann da oben wichtig haben das sollte man schon so sagen solange er zumindest ja sich nicht gravieren von der 830 nach unten stößt solange nicht unter 67 wieder weg taucht vorteil nach oben und unterhalb von 67 chance auf 37 776 punkt aus ende im gelände und dann hören uns morgen wieder bis dahin tschüss das sieht dann aus eeinander so jetzt ist es ja es ist doch ganz schön ja es ist ja es ist es ich es